Alt und neu. Das ist alt. Das ist neu. Es ist alt. Es ist neu. Die sind alt. Die sind neu. Use the correct personal pronoun or article depending on the noun's gender. Basic Sentences. Das ist alt. Das ist neu. Das ist nicht alt. Das ist nicht neu. Basic Question. Ist das alt? Ist das neu? Kontext. Meine alten Schuhe waren sehr bequem. Der Rucksack ist zu alt für diese Bergwanderung. Ich brauche ein neues Passfoto für meinen Ausweis. Das Handy ist neu. Bitte sei vorsichtig damit. Comparative. Älter. Neuer. Dieser Computer ist älter als der andere. Dieser Computer ist neuer als der andere. Superlative. Am ältesten. Am neuesten. Or am neuesten. Diese Autos sind am ältesten. Diese Autos sind am neuesten. 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 Untertitelung des ZDF, 2020